Ihr habt alles richtig gemacht, ihr hört den Spotfight Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern und jetzt viel Spaß beim Podcast. Raw, Smackdown und NXT im großen Brandkrieg. Die letzten Wochen haben wir das gesehen, Brawls im Aufbau auf die Survivor Series. Es war eine Triple Threat Show, die wir diese Woche gesehen haben. Diese Nacht möchte ich viel eher sagen und jetzt sind wir hier tatsächlich am Morgen danach in der Review. Ich grüße euch herzlich willkommen, egal ob ihr jetzt live zuhört oder danach auf YouTube On Demand oder auf euren Plattformen auch eurer Wahl. An meiner Seite, um heute über die Series zu sprechen, sind zwei weitere Partner. Wir haben also quasi auch eine Triple Threat Review. Mein Kollege, Moderatorenkollege, der Tobi ist mit dabei. Ich grüße dich. Ich freue mich auf Team Thumbtack Toastix. Guten Morgen. Das ist der Spoiler, denn auch Alex aka Thumbtack Jack TJ, ehemaliger Wrestler, mit hier am Start in dieser Review. Okay Tobi, über den Teamnamen, da müssen wir nochmal reden, aber schön hier mit am Start zu sein. Raw, Smackdown, NXT, das war ja das Programm des Wochenendes, vor allem auch NXT. Tobi, du hast ja diese Woche NXT auch ordentlich geschnappt, zumindest am Donnerstag. Die Wargames Review, die war ja auch jetzt gestern Abend noch online, die könnt ihr euch auch gerne noch reinziehen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Tobi, du wolltest noch was loswerden zu NXT diese Woche. Das hat ja, ich hab das Ganze mit dem Mac gemacht, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ganz kurz, das hat dort in der Kommentarspalte ziemlich gebrannt und das ging eigentlich schon am Donnerstag los. Da hab ich nämlich auf Twitter unter anderem die Ratings gepostet von NXT und AEW. Und da kam irgendwann der Kommentar, äh, was ich doch eigentlich gegen NXT habe. Und ab da wusste ich, alright, die Kommentare unter NXT-Review brauchst du dir eigentlich nicht durchlesen. Genau so kam's dann. Äh, weil da wurde sehr viel mit irrationalem Buchstabensalat um sich geworfen. Das war echt mindblowing. Ähm, ging zum Beispiel am Ende um die Ratings, mit denen ich mich seit Monaten eigentlich auseinandersetze. Du weißt eigentlich besser als viele andere, dass ich mich damit seit Monaten schon beschäftige. Die landen ja nicht zufällig bei uns auf Twitter. At spotfight.de, gern vorbeischauen. So, und wen die Ratings nicht interessieren, was ja voll okay ist, wenn man sagt, ich bin Fan und was interessieren mich TV-Quoten. Wen das nicht interessiert, der muss dazu ja auch nichts sagen. Andere Meinungen muss man aushalten können. Meinungsverschiedenheiten sind auch wichtig und gut. Aber in der Diskussion kommt man, finde ich, nur mit rationalen Argumenten weiter. Irgendwie plump was nachplappern, äh, ist dann Quark. Und, äh, es gab dann eben viele Kommentare, die mich aufgeregt haben. Ähm, unter der AEW-Reviews, gab's jetzt aber zuletzt einen Kommentar, den will ich hier aber unbedingt erwähnen, vom User Robario. Der hat nämlich geschrieben, dass wir ihn, äh, mit unserem Podcast zum Beispiel gerade, ähm, auch durch eine Krankheit begleiten und dass er sich wirklich immer drauf freut. Und, ähm, ja, dass wir ihm einfach gerade alles ein bisschen leichter machen. Dafür machen wir das. Und, äh, das ist auch unser Antrieb, warum wir diese Podcasts machen. Und, äh, das wollte ich hier an dieser Stelle noch, äh, loswerden. Wunderbar, dann ist das Statement abgehakt. Und wir gehen zur Show, würde ich sagen, für die ihr ja auch eingeschaltet habt. Die Kick-Off-Show, denke ich, müssen wir nicht groß besprechen. Nach dieser Kick-Off-Show stand's 1 zu 1 zu 1. Kurz zu den Matchergebnissen. Es gab ein Ten-Tag-Team-Battle-Royal-Match, bei dem sich Dorf Ziggler und Robert Roode durchsetzen konnten. NXT Cruiserweight Championship, da hat Lio Rush seinen Titel verteidigt gegen Akira Tozawa und Kalisto. Und dann noch das Triple Threat Tag Team Match, was man hier angesetzt hat. Viking Raiders, Undisputed Era und New Day. Da hat man schon diesen NXT-Bezug, beziehungsweise Triple Threat NXT Raw Smackdown-Bezug gebracht. 1 zu 1 zu 1. Und dann startet WWE in diese Hauptshow mit dem 5-on-5-on-5-Elimination-Match der Frauen. Die Frauen war an diesem Wochenende schon Highlight bei WarGames. Alex, du hast auf Twitter geschrieben, das WarGames-Match der Frauen bei NXT. Das hat dir extrem gut gefallen. Wie fandest du denn das Startmatch hier von der Survivor Series, der Opener dieser Show? Da ging es ja auch ordentlich zu Sachen, auch von NXT-Seite. Ja, also wie du schon gesagt hast, bei WarGames das Frauenmatch für mich absolut der Showstealer gewesen. Match of the Night. Ich habe es nicht wirklich erwartet, dass sie das in dem 5-on-5-on-5 bei der Survivor Series auch machen werden. Aber auf eine gewisse Art und Weise hätte ich es mir erhofft. Spoiler, ich fand das Herren-Match deutlich, deutlich besser als das von den Damen. Wobei das auch bei Weitem nicht irgendwie schlecht war oder irgendwas. Also ich fand, das war grundsolide. Das war gut. Das war unterhaltsam. Mich hat eigentlich am meisten irritiert, dass es tatsächlich der Auftakt der Show war. Okay, Tobi, wie ging es dir denn hier mit diesem Startmatch? Ich würde ganz am Anfang auch beginnen. Was mich leider gestört hat, ist, dass die Teams jeweils nur zur Musik von ihrem Brand rauskamen. Also es gab tatsächlich keine Special Entrances. Oder wenigstens, ich verstehe, dass 15 Entrances vier sind. Aber lasst doch wenigstens die Team-Captains einzelnen rauskommen. So, finde ich, war irgendwie schon so dieser erste Eindruck so ein bisschen getrübt. Und es wirkte alles so ein bisschen random, dass die Teams da einfach zu dieser Musik vom Brand rauskommen. Und das hat mich da so ein bisschen am Anfang gestört. Und das Match selber, ich weiß nicht, fand ich es grundsolide? Wahrscheinlich schon. Aber insgesamt, die Crowd war sehr, 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 sehr leise die ganze Zeit. Und es gab viele Momente im Match, bei denen ich mich gefragt habe, ja, warum jetzt eigentlich? Also so ein richtiger Matchfluss kam zum Beispiel jetzt nicht auf. Und gerade wenn wir dann jetzt gleich mal wahrscheinlich das Ganze durchgehen und dann auch aufs Finish schauen, stelle ich mir tatsächlich mehr Fragen, als dass ich Antworten in diesem Match bekommen habe. Bei NXT im Team haben sich Candice LeRae und Yoshi Rai verletzt. Das war ein großer Teil dieser Match-Storyline. Denn NXT hatte dann auf der einen Seite als Heels Rhea Ripley. Auf der anderen Seite waren sie dann nicht nur Heels, sondern auch so ein bisschen die Underdogs in diesem Match. Haben dann trotzdem so gut zusammengearbeitet, dass sie wieder in Überzahl kamen. Die letzten drei in diesem Match Natalya, Sasha Banks, Rhea Ripley am Ende. Erst hat Banks sich mit Natalya zusammengeschlossen, ist ihr dann in den Rücken gefallen. Banks, Ripley als Endmatch. Und da griffen dann wieder Yoshi Rai ein mit Candice LeRae. So schließt sich der Kreis. Die Verletzten, die hier Rhea Ripley zum Sieg verhelfen. Und so startet NXT. Und gar nicht verletzt waren. Und gar nicht verletzt waren. So startet NXT mit dem Sieg. Das ist ein überschlauer Trick. Warum gehen dann nicht einfach zu Beginn des Matches alle fünf weg und kommen wieder? Weil ich überlege, nach dieser Logik, die waren verletzt, sind vom Ring weg. Und dann wurde aber gesagt, die wurden nicht eliminiert. Asuka steht immer noch im Match, by the way. Die wurde auch nicht eliminiert. Die ist einfach gegangen. Ansonsten so ein paar einfach Logiklücken. Warum werden während des Matches Pins abgebrochen? Also wenn da gerade irgendwie ein Smackdown-Star, ein Raw-Superstar pinnt, warum soll ich als NXT-Star dazwischen gehen? Die eliminieren sich doch gerade. Das ist doch gut für mich. Und dann kam irgendwann die Phase, die es leider in solchen Matches immer wieder gibt, dass diese Eliminations unfassbar gerusht sind. Und dann gibt es auf einmal, nach ganz komischen Aktionen gibt es dann direkt den Pin. Natalya wurde mit einem Schlag eliminiert. Mit einem ganz normalen Schlag. Und dann eben, ja, am Ende die Schlusssequenz, als dann die beiden Verletzten eigentlich wiederkommen. Und, ja, scheinbar ist das dann kein Problem. Die sind dann also doch nicht aus dem Match. Und dann muss man sich vor Augen führen, dass der Face eigentlich, Rhea Ripley, gegen den hier Sascha Banks, den Trick anwendet, dass zwei Leute helfen und es gibt eine Drei-gegen-eins-Situation. Rhea Ripley war doch in diesem Match nicht Face. Also ich gehe jetzt einfach von ihrem generellen Showing aus. Und wenn ich mir da auch gerade NXT-Takeover anschaue, wo sie ja gegen Shayna Baszler, gegen den Überheal der Frauendivision gewonnen hat. Also ich wüsste jetzt nicht, was Rhea Ripley in diesem Match zum Heal gemacht haben sollte. Und diese ganze Storyline auch in dem Match. NXT war ja allgemein an diesem Abend, kann man sich jetzt überstreiten, aber vor allem in diesem Frauenmatch war ja die Storyline, sie sind die Heals, deswegen gewinnen sie auch mit diesem Healigen-Move dann. Die Verletzten, in Anführungszeichen, Verletzten greifen am Ende ein und sichern sich so den Sieg wieder. Das war diese Grundstoryline, dass NXT ... Ja, das ich scheinbar nicht verstanden habe. Okay. Würde ich sagen. Dann wurde mir das nicht ausreichend erklärt. Ich habe mich hier gefragt, okay, warum müssen sie diese Taktik anwenden? Die Taktik, die generell dann mit den Regeln eigentlich auch nicht wirklich zu begründen ist. Positiv ist natürlich, Rhea Ripley holt am Freitag bei SmackDown den Sieg, holt bei Wargames den Sieg, holt jetzt hier den Sieg. Also sie hat wirklich drei richtig starke Tage jetzt hinter sich und ist damit jetzt jemand, den man auch für die Women's Division wirklich wieder richtig gut auf den Weg gebracht hat. Das ist der ganz klare Pluspunkt, aber tatsächlich in dem Match jetzt haben mir so insgesamt die Highlights gefehlt, um zu sagen, dass es gut war. Alex, hast du noch was loszuwerden hier zu diesem Moment? Ja, also mich stört das Ganze überhaupt gar nicht so sehr wie euch mit den beiden Damen, die da für eine Zeit verletzt waren und dann später wiedergekommen sind. Ich habe das überhaupt nicht gesehen als eine böse, hielige Taktik, die von vornherein geplant war. Die Kommentatoren haben es aufgegriffen, als die beiden Mädels aus dem Match verschwunden sind, dass sie ja noch sehr angeschlagen sind von den Wargames. Ich finde nur, dass man das besser hätte erzählen können, dass man das vielleicht mit klaren Aktionen auf eine spezielle Körperstelle hätte überbringen können. Aber sie waren doch nicht verletzt. Also sie sind ja danach richtig wieder reingesprintet. Also es war ja alles wieder normal. Ja gut, sie hatten in der Zeit auch zehn Minuten, um sich wieder auszuruhen. Aber was mich halt stört ist, man hätte überhaupt mal zeigen können, was bei den Wargames stattgefunden hat. Irgendwelche krassen Spots, die die eingesteckt haben. Also bei Io Shirai, die hat ein Moonsault vom Käfig ist sie gesprungen. Wenn man das einfach mal gezeigt hätte und erwähnt hätte und sie dann vielleicht irgendwo quasi schon mit einer Verletzung oder zumindest mit einer Bandage oder sowas ins Match reingeht und dann auf genau diese Körperstelle einen Move bekommt und deswegen nach Backstage geht, dann wäre das in sich viel logischer gewesen. So war es ein bisschen random, weil es gab ja diese Sequenz, wo quasi alle 15 Damen, jeder hat einen Move gemacht. Die, die einen Move abbekommen hat, geht aus dem Ring und die, die gerade einen gezeigt hat, kriegt von irgendjemand anderem einen Move ab. Und als Folge dieser Sequenz nach sehr, sehr random Moves, also nach so Sachen wie einem Dropkick, waren auf einmal Io Shirai und Candice LeRae out of the match. Das, finde ich, war zu wenig. Das war zu wenig Begründung. Warum sind die eigentlich aus dem Match draußen? Und ein anderes Ding, was mir auch zu wenig begründet war beim NXT-Team. Warum stehen da auf einmal Damen in diesem Survivor Series Team, die am Tag vorher sich in den Wargames bekriegt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, Rio Ripley hat dann das Team announced auf Facebook einen Tag davor, aber ich finde, das hätte man in der Match-Story schon auch noch irgendwie aufgreifen können, wenn es auch nur gewesen wäre, weißt du, in Form von irgendwie einem angewöhnlichen Blick oder sowas. Dass, keine Ahnung, Candice LeRae mal Bianca Balea und Io Shirai böse anschaut nach dem Match gestern. Aber das hat irgendwie gewirkt wie, ja, gestern haben wir uns umgebracht, jetzt sind wir wieder Best Friends. Das hat mich gestört. Und eine halbe Stunde ging der Spaß. Das war halt auch ziemlich lang, fand ich. Aber wobei man halt auch sagen muss, dass man hier trotzdem teilweise echt durch diese Eliminations durchgerusht ist und da eigentlich schon die Matchzeit ziemlich gekürzt hat. Zumal es gab ja zwei Eliminations weniger mit diesen Verletzten, die dann, ja, sich rausgezogen haben und dann wieder da waren. Das mit Asuka und mit Charlotte, weiß ich nicht, ob man daraus jetzt eine Story für Raw machen möchte. Das wäre eigentlich ein guter Aufhänger. Asuka bekommt die Revenge für WrestleMania. Weiß ich nicht, ob man sich da jetzt einen Plan gemacht hat oder ob das einfach passiert ist. Aber, ja, das Beste an diesem Match war tatsächlich die Sequenzen mit Sascha Banks und mit Rhea Ripley. Das hat Spaß gemacht. Und, ja, den Rest vom Match, also ich sag mal so, von diesen 28 Minuten reicht's, wenn man wahrscheinlich drei gesehen hat. Und der Rest war da. Damit startet die Survivor Series. Was denkst du denn? Ich wollte, ich hab jetzt überlegt, soll ich jetzt noch was raushauen? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Tatsächlich fand's nicht ganz so verkehrt wie du. Mich hat auch die Story, die Grundstory überhaupt nicht gestört. Ich fand, die kann man durchaus so erzählen. Ich hab auch so ein bisschen erwartet, dass NXT als die Heels dargestellt werden. Was macht sie zu Heels? Bitte? Was macht NXT zu Heels? Ja, zum Beispiel diese Taktik. Das ist doch keine Taktik gewesen. Die waren erschöpft. Das war doch nicht so. Ach, come on, Leute. Ja, also ich hatte hier überhaupt kein Problem mit dieser Grundstoryline, die für mich so erzählt wurde. Also das hab ich schon so gesehen. Aber gut, kann man sich jetzt überstreiten, lange. Im Endeffekt, das war natürlich kein großartiger Matchstart. Und wenn man die Wahl hat zwischen Wargames Damen und hier dem Damenmatch, kann man das natürlich nehmen. Dieser Aufhänger, den du jetzt noch gebracht hast, Tobi, bezüglich. Wieso hat man den, nee, Alex hat's gebracht. Warum man Wargames nicht nochmal erwähnt hat. Das ist, denke ich, generell hier an diesem Abend einfach die Prämisse gewesen, dass man da nicht so viel Fokus auf das legt, was bei Wargames passiert ist. Das wäre nochmal eine zusätzliche Dynamik gewesen. Das hat das Ganze nochmal stärker gemacht. Hat man hier halt wirklich genosselt, sozusagen. Im nächsten Backstage-Segment hat man's aber super aufgegriffen. Das war fast mein kleines Highlight des Abends. Kevin Owens und Seth Rollins waren nämlich Backstage. Und Rollins ist zu Owens, der bei NXT zurückkam, hat gesagt, wie ist denn das jetzt, du weißt, dass du bei Team Raw bist, kann ich dir vertrauen? Und Owens meinte, ja, das bei NXT war nur, um an der Spillera was zurückzuzahlen. Und übrigens, wenn du mich auf Loyalität ansprichst, dann hat er die Shield-Geste gemacht. So nach dem Motto, schau mal in den Spiegel. Das war fast mein kleines Highlight des Abends. Es war in sich schlüssiges, logisches Storytelling. Wer ab und zu einen Podcast von mir hört, der weiß, ich mag sowas. Und insofern, Daumen hoch dafür. Genau, da war der Main-Roster-Bezug dann bei NXT. Das hat man dann auch wieder erklärt sozusagen mit Kevin Owens, der der NXT-Überläufer war in Anführungszeichen, aber dann eben trotzdem hier dem eigenen Team treu bleibt sozusagen. Gehen wir zum zweiten Match. Drei Mid-Kart-Champions gegeneinander. Shinsuke Nakamura, Roderick Strong und AJ Styles gegeneinander. Das sind drei absolute Top-Ressler. Alex, du bist der Ressler hier unter uns. Haben sie in deinen Augen abgeliefert, was das angeht? Ja, also das Match war absolut in Ordnung, grundsolide. Vielleicht ein bisschen länger, als es hätte sein müssen, um ein, zwei Minuten. Ich bin da ein bisschen vorbelastet, muss ich sagen, weil ich persönlich absolut kein Fan von Roderick Strong bin. Ich finde den sehr langweilig, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Das kann ich jetzt auch gar nicht wirklich sagen, woran es liegt. Ich finde den einfach ziemlich vanilla, ziemlich langweilig. Ja, Shinsuke Nakamura und AJ Styles stehen zusammen im Ring. Das ist natürlich ein Fest. Und für mich hatte das irgendwie so einen bitteren Beigeschmack, dass da Roderick Strong auch Teil des Matches ist. Ich hätte die beiden lieber gegeneinander gesehen. Aber für die Situation, die man hier hatte, ja, hat man, glaube ich, viel rausgeholt. Wie habt ihr es empfunden? Leise habe ich es empfunden. Das Publikum war unfassbar leise. Und wenn ich mir überlege, Shinsuke Nakamura, AJ Styles und Roderick Strong stehen in einem Ring in Chicago vor über 10.000 und du kannst eine Stecknadel fallen hören, dann weiß ich nicht, ob das Publikum schuld ist oder ob die Wrestler schuld. Eigentlich weiß ich, wer schuld ist. Also ich glaube nicht, dass das Publikum schuld ist und ich glaube auch nicht, dass die Wrestler schuld sind. Ich glaube, der Umstand ist schuld, dass es um dieses Match herum gab es keine Erzählung. Also das waren drei Namen, die hat man gegeneinander gestellt und man hat sich darauf gefreut, weil es ist neu. Man ist es nicht gewohnt, so eine Paarung beim WWE-Main-Roster-Pay-Per-View zu sehen. Aber es gibt keine Geschichte drumherum. Da konnten sie also nicht mit arbeiten. Was sie also tun mussten, ist irgendwie im Match eine Geschichte erzählen, die die Leute reinholt. Das ist nicht passiert. Das waren gute Wrestling-Moves, das war sauber geworkt. Aber insgesamt, es hat die Crowd nicht abgeholt. Es gab irgendwann so leise random CM Punk Chants und dann war es halt auch irgendwann vorbei nach 17 Minuten. Und das war irgendwie so, ich weiß nicht. Also die haben sich im Ring wirklich Mühe gegeben. Leider ist es beim Publikum irgendwie überhaupt nicht angekommen. Roderick Strong klaut den Sieg von AJ Styles nach einer Viertelstunde, gute Viertelstunde, wie du es gesagt hast. Der dritte Sieg für NXT an diesem Abend. Und damit Raw on SmackDown mit jeweils einem Punkt schon deutlich zurück. Das Wrestlerische haben wir hier angesprochen. Das wurde dann deutlich besser nochmal in meinen Augen, als es um die NXT Championship ging. Denn Adam Cole trat an gegen Pete Dunne und das war Wrestlerisch dann nochmal eine Stufe drauf, oder Alex? Ja, also Wrestlerisch würde ich sagen, war das das Match des Abends. Da haben die beiden Jungs wirklich delivered. Das konnte man eigentlich auch gar nicht anders erwarten. Interessante Story auch, die erzählt wurde. Beide sind angeschlagen ins Match gegangen. Adam Cole mit den Rippen, da in dem Fall hat man auch seinen schrecklichen Stunt beim Finish von Wargames nochmal gezeigt. Von oben vom Käfig runter rückwärts mit dem Air Raid Crush durch zwei Tische. Also oh boy, auch das ist ein Stunt, den hätte ich nicht einstecken wollen. Und auch sein Gegner, der Bruiserweight, der hatte es am Knie, die Verletzung. Da haben sie das schön aufgegriffen im Match. Die Endsequenz, die war richtig stark. Also Junge, was sie da für Aktionen und Konter rausgehauen haben. Also da habe ich einen Heidenrespekt davor. Und ich fand es aber im selben Atemzug sehr gut, dass sie nicht zu viel gemacht haben. Das ist nämlich ein Problem, was man so bei Takeover-Veranstaltungen manchmal hat, in den Championship-Matches, dass die einfach zu übertrieben gut sind. Und da, finde ich, hatte man hier eine schöne Balance, zu zeigen, hey, das können wir. Wir können extrem viel. Wir können auch einen anderen Stil und eine andere Art Match worken. Aber ohne, dass man dabei zu viel gemacht hätte. Es gibt zwei Sachen bei diesem Match. Das eine ist Mauro Ronello. Da würde ich gleich nochmal kurz drüber reden. Da gibt es nämlich auch was ziemlich Interessantes, vielleicht auch Bedrückendes. Und zum Match selber, ich habe mich davor gefragt, okay, Cole hat 24 vorher diesen Monster-Spot bei Wargames genommen. Wie schafft man es jetzt hier, es so aussehen zu lassen, dass dieser Sieg gegen Dunn doch irgendwie noch glaubwürdig ist? Weil ich habe nicht mit dem Titelwechsel gerechnet. Das wäre viel zu random gewesen. Das macht NXT nicht. Das ist auch gut so. Also richtiger Sieger auf jeden Fall. Und sie haben es gut gemacht, tatsächlich. Auf der einen Seite haben sie es geschafft, das Publikum, was irgendwie sehr müde war, reinzuholen. Auch hier, ohne dass es eine Story außenrum gab. Also hier haben sie es wirklich mit dem Match geschafft. Es gab hier den Canadian Destroyer irgendwann. Und das war der Punkt, ab dem haben sie das Publikum reinbekommen. Und zum Ende hin haben sie es dann auch wirklich mit ihrer Körpersprache im Ring geschafft, eine gewisse Dramatik zu erzeugen. Und ich glaube, dass das an diesem Abend eine schwere Aufgabe war, das Publikum zu kitzeln. Das haben die geschafft. Und insofern würde ich das wirklich loben. Es war auch mein Match of the Night, auch dann der Konter quasi vom Bitterend in den Panama Sunrise ganz am Ende. Das war eine Augenweide, war richtig, richtig gut zu sehen. Und es ist schade, dass das Publikum insgesamt halt trotzdem, ja, nicht ganz mitgespielt hat. Weil hätte es dieses Match beispielsweise bei Takeover gegeben, bin ich mir ziemlich sicher, hätten die das Dach abgerissen. Hier ist es irgendwie nicht der Fall. Wer weiß, was da für ein Fluch drüber liegt. Aber ansonsten war das auch mein Match of the Night und eigentlich mit hier der größte Pluspunkt auf der Karte. Was die Ansetzung angeht, war das ja auch sehr, sehr vielversprechend. Und wie ihr sagt, das war das beste Match des Abends wahrscheinlich. In den Augen auch von vielen. Schreibt da gerne eure Meinung zu in die Kommentare, was euer Match of the Night war. Was nicht von Mauro Ronello kommentiert wurde, sondern von Beth Phoenix mit am Kommentatorenpult. Was den Hintergrund hat, dass Corey Graves gestern geschrieben hat im Laufe des Tages, Just for the record, guys, I know you wouldn't know, but there's actually a WWE Hall of Famer and a former Ring of Honor Champion on commentary. I'd imagine they have a lot to offer. Quasi als Seitenhieb in Richtung Mauro Ronello, weil er so viel redet. Von wegen, ja, das ist ein Hall of Famer und ein Ring of Honor Champion, aber der lässt die ja nicht reden. Was ist daraufhin passiert? Mauro Ronello hat seinen Twitter-Account gelöscht und sollte eigentlich hier bei der Survivor Series kommentieren. Aber das wurde abgeblasen. Er war mental nicht in der Lage, war komplett zerschlagen. Und das ist dann der Grund, warum er hier nicht am Kommentatorenpult gesessen hat. Das wird in den nächsten Tagen, glaube ich, eine Story werden. Auf dem Spotfight-News-Kanal werden wir darüber auch sicherlich berichten. Das war vom lieben Herrn Graves eine sehr unnötige, oder ein sehr unnötiger Rundumschlag in Richtung Ronello. Da reden im Moment viele drüber, dass Ronello vielleicht zu viel schreit, zu laut ist, bla bla bla. Aber dann irgendwie hier so jetzt auszuholen, finde ich, ja, keine Ahnung. Er hätte am ehesten die Möglichkeit, das persönlich zu klären, klärt das über Twitter. Und das, finde ich, ist nicht die feine Art. Ganz ungünstiges Statement auf jeden Fall auch. Vor allem, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was auch der Hintergrund von Mauro Ronello ist und was er da schon alles durch hat. Das weiß auch sicherlich Corey Graves, keine Frage. Ich habe da kürzlich auch ein Video zu gemacht, kürzlich ist gut, auf dem Perkix-WWE-Kanal, auf meinem Hauptkanal im Format Die Geschichte von, Die Geschichte, ich weiß gar nicht, wie das Video heißt, von Mauro Ronello. Gebt es einfach mal ein. Wrestling Stories, Mauro Ronello, dann werdet ihr das finden. Und da geht es eben speziell auch um seine psychische Erkrankung. Wenn man sich da mal so ein bisschen reinrecherchiert, dann wird es echt sehr, sehr düster. Und diese psychische Empfindlichkeit, die er da hat. Bipolare Störung, ja. Genau, also diese Empfindlichkeit, die mit auch seinen Depressionen einhergeht, die wird da eben durch solche Statements auch vor allem dann von Kollegen, die dann noch mehr wahrscheinlich durch Mark und Bein gehen, wird dann eben sehr verschlimmert. Und da kann man nur hoffen, dass das alles soweit glimpflich ausgeht in so einer schwierigen Situation. Alex, hast du da noch ein Statement für uns oder wollen wir direkt weitergehen? Ja, ich fand es interessant, wie man es dann kaschiert hat, indem gesagt wurde, ja, der Mauro, der hat jetzt eine heisere Stimme und kann deswegen heute nicht mitkommentieren. Aber ja gut, schließen wir das Thema hier ab und machen im Programm weiter. Von NXT-Titel zu Universal Championship, von gelb zu blau sozusagen, aber eigentlich zu rotem Licht. Man könnte ja denken, jetzt haben wir einen blauen Universal-Titel, jetzt können wir auch blaues Licht anmachen, aber nee. Das, ich glaube auf Twitter auch so ein Video, das sieht dann eher aus wie in einer Gefriertruhe oder so. Rotes Licht ist da deutlich furchteinflößender für den Fiend, der gegen Daniel Bryan antrat. Die Story im Voraus wurde wieder aufgegriffen. Daniel Bryan hat sogar das erste Mal seit Monaten wieder die Yes-Chance angestimmt. Bray Wyatt kickt aus Brians Finisher raus und dann war die Story hier im Match auch schon erzählt sozusagen. Bray Wyatt, das Monster, das sozusagen unbesiegbar ist, auch durch diesen großen Move. Es gibt die Mandible Claw und den Sieg für Daniel Bryan. Vielleicht auch wieder hier, sorry für The Fiend, vielleicht auch wieder hier die rasterische Ansicht zuerst bezüglich des Matches. Ich finde, dieses Match hätte man gar nicht besser worken können für die Ansetzung, die es war. Es ist die erste Titelverteidigung vom Fiend. Es war eigentlich allen relativ klar, dass er den Titel auch behalten wird. Und die große Frage stand ja auch nach den letzten Matches, die er gegen Seth Rollins hatte im Raum. Oh Gott, wie soll man das jemals worken, jetzt wo aus, keine Ahnung, acht, neun, zehn Curbstomps ausgekickt wurde. Naja, hier hat man es genau richtig gemacht. Man hat komplett runtergefahren. Man hatte einen Finisher von Daniel Bryan, nicht zehn, einen, aus dem ausgekickt wurde. Dann das Finish. Somit bleiben beide Männer stark. Der Fiend bleibt stark. Und also ja, in meinen Augen, aus der Nummer hätte man besser nicht rauskommen können. Ich war mich vielleicht unbeliebt. Also grundsätzlich, Daniel Bryan war am Ende dieses Matches eigentlich mehr over als Bray Wyatt. Es war laut. Es war richtig, richtig laut bei diesen Yes-Chants. Dass Bryan das Match gewinnt, war nahezu ausgeschlossen. Äh, das war auch durch das ganze Setting eigentlich gegeben. Ich mag das rote Licht nicht. Ich mag es immer noch nicht. Ähm, mein, mein grundlegendes Problem mit Bray Wyatt ist im Moment, oder mit diesem Fiend-Charakter ist, dass, also dieser ganze Act, der ist super. Der ist stimmig, der ist auch in den Shows richtig, richtig gut erzählt. Und der ist auch super präsentiert, super produziert. Das ist, äh, das kannst du tatsächlich nicht besser machen. Ich finde aber, dass es in dieser Form, wie es jetzt ist, für eine Wrestling-Show selbst passt es für mich irgendwie nicht rein. Weil Bray Wyatt oder Fiend-Matches sind für mich eher ein Angle als ein Match. Sie sind ein langgestrecktes Angle. Weil, ähm, für ein Match fehlt mir dann zu viel die Psychologie. Weil, äh, klar, wir hatten hier ab und zu mal tatsächlich Pins, die bis zwei ging. Aber ansonsten, äh, trotzdem hat ja in dieser Kick-Serie zum Beispiel, bei diesen Yes-Kicks, ist ja, äh, Wyatt wirklich dreimal einfach wieder dann aufgestanden. Und, äh, diese Art von No-Selling war mir auch hier trotzdem wieder zu überpräsent. Und, ähm, das ist so ein bisschen eben das Problem daran. Und ich glaube, irgendwann wird ein Story-Element kommen, was uns erklärt, wie man das überwinden kann. Wie man Wyatt seine Kräfte nehmen kann. Aber so, wie es jetzt im Moment ist, finde ich, ist es irgendwie, weiß ich nicht. Also, das Bray Wyatt gegen Daniel Bryan-Match von, ich glaube, 2014 war es, war halt um Welten besser. Ähm, was aber auch einfach daran lag, das war ein Wrestling-Match. Das hier war ein langgestrecktes Angle. Und deswegen, ähm, bin ich da ein bisschen defensiv. Ich zitiere noch, äh, Adam Cole. Ähm, Baby! Nicht Adam Cole, sondern den lieben Kommentator Cole. Der meinte dann am Ende, äh, zum Fiend, das ist dieser Ogre, welcher nun die Erde von SmackDown regiert. Oh Gott. Good God. Ich wollte kurz was zu der Match-Einschätzung von dir sagen. Also, ich hab das auch tatsächlich überhaupt nicht groß, äh, mit wrestlerischer Klasse hier erwartet. Weil man hier noch, äh, wahrscheinlich sehr viel weitergehen wird in dieser Storyline. Das war sozusagen das erste Match, der Start. Man hat hier nicht riesig viel gemacht, sondern man hat in dem Rahmen, was man bringen wollte, abgeliefert. Bray Wyatt als den Sieger dargestellt. Als den, ja, auch so ein bisschen unbesiegbaren Fiend, das Monster. Ähm, und damit auch so ein bisschen die Etablierung wieder gegeben nach dem SummerSlam. Ähm, jetzt hier beim nächsten großen Big Four-Pay-Per-View sozusagen bei der Survivor Series. wieder auch für vielleicht etwas Mainstreamigeres Publikum etabliert, dass der wirklich The Man ist, sozusagen. Und, äh, deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird in dieser Story rund um Bray Wyatt und Daniel Bryan. Mal sehen, was man sich da so einfallen lassen wird. Gehen wir. Findet ihr, findet ihr, der Fiend ist noch genauso over wie vor zwei Monaten? Er ist anders over, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, er ist anders over. Und Tobi, ich muss dir auch klar widersprechen, wenn man sich diesen Punkt mit dem No-Selling anschaut, hättest du diese Komponente rausgestrichen aus dem Match, wenn es dieses Element nicht gegeben hätte. Von der Kick-Serie von Daniel Bryan, wo der Fiend dreimal No-Sellt und wieder nach oben kommt, wobei beim letzten Mal ist er dann ja kollabiert. Dann hättest du, dann wäre das Match viel zu competitive gewesen. Dann hätte der Fiend nicht mehr genug von diesem Unzerstörbaren gehabt. Also ganz ohne No-Selling geht das nicht. Wenn es an mir ging, hätte man es gar nicht erst eingeführt. Natürlich, aber jetzt ist es da und deswegen unter dem Blickwinkel betrachte ich es, wie kann man mit der Situation, die man da jetzt erschaffen hat, mit dem Fiend am besten umgehen. Und ich finde, das haben Daniel Bryan und er gemacht. Die sind damit optimal umgegangen. 5-on-5-on-5 Elimination-Match der Männer erneut. NXT gegen Raw gegen SmackDown. Und hier ging es direkt ab. Ich würde hier ein bisschen detaillierter drüber sprechen als bei den Frauen, weil hier auch einfach mehr passiert ist im Match. Und den Start, den müssen wir, denke ich, direkt mal ansprechen. Denn Walter, Drew McIntyre und Braun Strowman standen hier als die Riesen, die großen Powerhouses bzw. Big Men hier drinnen. Der Clash von Walter und Braun Strowman, der hier auch sehr gut inszeniert wurde. Dann gab es den Claymore-Kick von hinten und Walter war erstmal aus diesem Match raus. Das hat wehgetan, hast du geschrieben, Tobi. War erstmal raus. War erstmal raus. Das ist gut. Er war raus. Er war raus. Er war so over und er war raus. Und das ist so, wie kannst du dem Publikum eigentlich einen Mittelfinger zeigen, ohne einen Mittelfinger zu zeigen, indem du sowas machst? Ich finde es schade. Ich hätte mich super gefreut, hätte er noch ein bisschen in diesem Match für Action gesorgt. Der ist doch genau das, was WWE möchte. Das ist ein großer Typ, der kräftig ist, der beweglich ist, der over ist, der die Leute mitnimmt. Und warum muss er nach fünf Minuten eliminiert werden? Das war so ein schöner Moment. Und dann, ja, einfach ein Claymore-Kick. Walter ist raus. Das hat, ja. Tobi. Ja, bitte. Weil ein großer, kräftiger, beweglicher Typ. Da gab es auch noch einen zweiten in diesem Team. Deswegen. Das ist trotzdem schade. Ich glaube, der Björn wäre jetzt auch traurig. Ach ja. Ich muss sagen, im ersten Moment war ich auch traurig und schockiert. Natürlich, Walter, ein ehemaliger Weggefährte. Aber als ich dann kurz drüber nachgedacht habe, fand ich es gut. Also einmal möchte ich die Sache ansprechen mit den großen Publikumsreaktionen, die er gezogen hat. Da hat man, glaube ich, nicht mit gerechnet. Also am Gesicht von Walter hat man es auch gesehen. Einmal gab es so diesen Shot, wo er selbst so schmunzeln musste und irgendwas den anderen Jungs in seinem Team zugeflüstert hat. Wahrscheinlich sowas nach dem Motto von wegen, oh ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so over bin. Und da kannst du in der Konstellation bei so einer Matchart ja auch nicht mehr drauf reagieren on the fly. Also wenn es hier um Eliminations und sowas geht, da kannst du nicht spontan sagen, oh, der Junge ist mehr over, als wir gedacht haben. Wir stellen jetzt mal spontan das ganze Match um. Deswegen, ja, das ist doch eigentlich am Ende des Tages gut für ihn, dass er da in Chicago solche Reaktionen gezogen hat. Ich finde, dadurch, dass man ihn hier so früh rausgenommen hat, das hätte auch jemand anders sein können. Da waren viele große, starke Jungs. Dadurch, dass am Anfang gleich so ein Top-Player eliminiert wird, hat das dem Match, finde ich, so eine gewisse Brisanz gegeben. Also auf eine gewisse Art und Weise war Walter, finde ich, dann so das Lamm, was geopfert werden musste. Aber warum denn Walter in einem Match, wo Barron, Corbin, Shorty G, Shorty G in allen Ehren, warum muss man Walter nach zwei Minuten und 57 Sekunden da rausnehmen? Man hat halt, glaube ich, einfach nicht damit gerechnet, mit den Reaktionen. Ja. Und außerdem ist Corbin der König und Walter ist halt nur der General. Good God. Jesus. Ja, der General, um vielleicht dann direkt mal weiterzugehen, da hat er dann, nee, wie heißt er, der, nee, wie heißt er, wie hast du es nochmal gesagt? Corbin ist der, der König, ganz genau. Der König. Ich weiß es einfach nicht mehr, weil Baron Corbin... Mit seiner Burger King-Krone. Da schaltet sich mein Kopf auch automatisch in den Stand-by-Modus. Stand-by, das hat auch Baron Corbin hier an diesem Abend häufig getan, hat sich dann auch angelegt mit Mustafa Ali, bis das gar nicht mehr klar ging und das Smackdown-Team dann immer mehr auseinandergebrochen ist. Roman Reigns hat dann auch irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt, hat Baron Corbin mit eliminiert. Und das war der Team-Kollaps, den wir auch schon so ein bisschen im Vorauskommen sehen haben. Meine Frage jetzt an euch, war der gut umgesetzt? Was sagst du, Alex? Ja, also ich fand das unterhaltsam. Ich bin inzwischen eher an so einem Punkt angelangt. Ich hate Baron Corbin gar nicht mehr. Ich akzeptiere einfach das Gimmick. Und ganz ehrlich, ich fand es unterhaltsam. Also ich hatte es ja bei unserem Smackdown-Review gesagt, dass das durchaus eine interessante Geschichte ist. Erinnert mich an das Wildcard-Surviver-Series-Match von 1995, wo man auch in den Teams Heels und Faces komplett durcheinander gemischt hat. Das ist doch ein nettes Element, dass ein Team von Anfang an schon so nicht miteinander klarkommt, dass dann so eine Situation entsteht, wo Roman Reigns einfach nur zuschaut und seinen Teampartner sogar noch ausknockt. Ich fand es unterhaltsam. Sorry. Ich werde jetzt nichts zu Baron Corbin sagen. Ich werde was dazu sagen, dass der Hometown-Hero Mustafa Ali von Seth Rollins mit einem Curbstomp eliminiert wurde. In der Phase, in der das Publikum wirklich wieder aufgewacht ist, auch gechantet hat für Ali und hat wirklich so symbolisch dieser Curbstomp, der ihn geplättet hat. Das war richtig WWE-Hometown-Hero-Umgang. Es war auch ein bisschen schade eigentlich. Dann die Unstimmigkeiten, die er angesprochen hat. Baron Corbin kann ihn nicht ernst nehmen. Deswegen schön, dass er raus war. Und dann gab es ja am Ende wirklich die Phase, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Seth Rollins raus war, ab dann wurde es richtig, richtig, richtig stark. Wir hatten davor noch Tommaso Ciampa, der richtig lang drin war, der auch eine gute Figur gemacht hat. Auch als er raus, als er eliminiert wurde, gab es auch wieder das Publikum so, ach Leute, wirklich. Also dem Publikum hat man hier seltenen Gefallen getan. Das Publikum wurde mit den letzten fünf Minuten des Matches entschädigt. Davor, finde ich, hat man ziemlich oft ziemlich viel Potenzial aus dem Fenster geworfen. Der Finish oder die Finish-Konstellation, die du angesprochen hast, war Rollins und Reigns, die immer wieder zusammengearbeitet haben gegen Tommaso Ciampa. Der war lange drin, ist dann raus gewesen. Keith Lee, Roman Reigns und Seth Rollins, das waren die letzten drei Namen. Und da lief es dann auf dieses wirklich große, herausragende Showing für Keith Lee hinaus. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man Walter eben nicht so showcasen wollte. Da steckt, denke ich, schon eine große Wahrheit auch dahinter, bei dem, was du gesagt hast, Alex, weil Keith Lee hier eben der Fokus sein sollte. Und in den Reaktionen war da erstmal Walter natürlich am Anfang völlig herausstechend. Vielleicht war es auch deswegen gerade gut, dass er so früh geflogen ist, weil dann die Story rund um Keith Lee und auch sein Showing viel besser funktioniert hat. Und Tobi, du hast ja gestern auf Spotfire auch berichtet, dass Vince McMahon Keith Lee sehr feiert. Wenn man die Survivor Series hier sieht, vor allem dieses Match und diese Darstellung, dann kommt man darauf, dass das auf jeden Fall richtig sein muss. Keith Lee eliminiert Seth Rollins, geht dann gegen Roman Reigns. Reigns scheitert knapp an Roman Reigns, aber es gibt den Fistbump, den Respekt zwischen den beiden. Da sah Keith Lee wirklich aus wie ein absoluter Topstar und hat dann auch nicht geschadet, dass er hier gegen Reigns verliert. Reigns natürlich der Hauptsieg und der Hauptsieger auch in diesem Match wird langsam wieder Richtung Main Event gepusht, das auch zu erwarten. Also ich finde, da waren ganz viele Punkte dabei, auch was die Dynamik des Matches angeht, das konnte man so erwarten. Natürlich auch dann herausragende Momente, das mit Keith Lee hat, denke ich, haben wenige kommen sehen, aber umso besser, dass es so umgesetzt wurde. Und wir gehen wieder in die wrestlerische Einschätzung mit Thumbtack Jack. Yes, also ich fand dieses Match insgesamt sehr, sehr flüssig und gut aufgebaut. Das ist eine riesige Challenge, wenn du eine Triple Threat Situation hast mit jeweils fünf Leuten im Team. Es ist dynamisch, die Konstellationen verändern sich die ganze Zeit und da hat man halt hier den großen qualitativen Unterschied gesehen zu dem Damenmatch. Der Tobi hat es vorhin angesprochen, während das manchmal gestockt hat und dann halt eben nicht flüssig war in diesen Phasen, wo sich es neu konstelliert hat, war dieses Herrenmatch die ganze Zeit flüssig. Also das war von der Struktur her wirklich großartig und ich würde sagen, für mich persönlich war es das Match of the Night. Also das NXT Title Match, das war zwar das wrestlerisch beste Match, aber das hier war für mich das unterhaltsamste Match. Ja, man mag hier und da ein bisschen Potenzial verschenkt haben, aber hatte trotzdem viele coole Konstellationen und Paarungen, die man so noch nie gesehen hat. Zum Beispiel Randy Orton gegen Tommaso Ciampa, das war cool inszeniert. Deswegen, ich fand es ein starkes Match und kleines, aber feines Detail. Ich fand es schön, dass die Leute keine farbigen T-Shirts anhatten, sondern dass die Outfits so gewählt waren, dass die Leute entweder schwarz anhatten oder die Farben von ihrer Brand und kein T-Shirt-Wrestling, wie sonst immer bei der Survivor Series. Das war doch mal eine gute Verbesserung. Es war ja ein Triple Threat Match, ne? Mhm. Wie funktioniert jetzt der Countdown bei Braun Strowman? Oh. Logiklücke, ja. Also, so eine Frage, weil wir hatten nachher im Main Event auch ein Triple Threat Match, dort gab es offensichtlich keinen Countdown. Hier wurde Braun Strowman via Countdown eliminiert, was einfach nicht reinpasst. Naja, wobei, dann musst du auch argumentieren, es ist ein Tag-Team-Match. Gab es bei den Frauen im Opener auch nicht. Ja, okay, aber wenn es keinen Countdown gibt, dann heißt das auch, es gibt keine Disqualifikation. Und wenn es bei einem Tag-Team-Match in der Form keine Disqualifikation geben würde, würden bestimmt nicht alle brav auf dem Apron stehen, sondern es gäbe einfach einen riesen Brawl. Von daher denke ich, hat man einfach nicht erwähnt, dass es in diesem Match DQ und Countdown gibt. Hm, I don't know. Naja. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es gab, was mich an diesen Matches immer so ein bisschen stört, ist aber tatsächlich jetzt kein riesiger Kritikpunkt, weil das ja doch oft vorkommt, ist halt, dass, ähm, dass halt wirklich diese Moves, die zur Eliminierung ausreichen, das ist immer so wenig, äh, teilweise. Ich glaub, äh, Kevin Owens hat auch jemand einfach mit einem Frog-Smash eliminiert, ähm, wo ich mir denk, ja, irgendwie wirken, dann wirken die Leute nicht so wirklich wie Stars. Es wirkt dann einfach nur wie, wie so ein bisschen gerusht und runtergespult, damit ein paar Leute weniger im Ring sind. Ähm, das so ein bisschen, ja, ein fader Beigeschmack. Aber wie gesagt, das ist halt schon immer so. Und dann der Schlussphase, das, äh, ja, sind wir jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Also, äh, ich möchte an dieser Stelle auch wirklich mal, ähm, erwähnen. Ich finde, mittlerweile darf man wirklich behaupten, Roman Reigns ist nicht nur ein guter, sondern ein richtig guter In-Ring-Worker. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund, weil er hier auch wirklich, wie ich finde, maßgeblich dazu beigetragen hat. Es gehört immer zwei dazu, dass diese Schlussphase so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Weil er eben auch Keith Lee hat gut aussehen lassen. Und, äh, es geht eben nicht nur um das Ausführen von Moves, sondern eben um das ganze Auftreten. Körpersprache, Gestik, Mimik, wie setze ich meinen Gegner in Szene. Und ich finde, das hat Roman Reigns in diesem Match sehr gut gemacht. Und das ist auch der Grund, warum er, äh, am Ende, trotz der Tatsache, dass er Keith Lee, ähm, besiegt hat, nicht, ähm, diesen klassischen Roman Reigns-Heat kassiert hat, den er, äh, vor ein paar Jahren noch kassiert hat. Äh, sondern die Leute haben sich gesagt, ach, schade, okay, Reigns war besser als okay. Bei Seth Rollins beispielsweise ist es anders, als Seth Rollins, Tomasso Ciampa oder, ähm, äh, Mustafa Ali eliminiert hat, haben die Leute geboot. Also Seth Rollins war alles andere als over. Ähm, insofern, äh, das wollte ich nochmal herausheben, dass, äh, auch Roman Reigns an der Stelle einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Äh, Match of the Night aus meiner Sicht heraus nicht. Ähm, dafür waren, ähm, ja, war, war diese Schlussphase irgendwie, die Schlussphase war mein großes Highlight und der Rest, äh, dann waren ein bisschen zu wenig Highlights drin. Ähm, das war gut, war eines der besseren Survivor Series Matches, äh, aber Match of the Night bleibt für mich weiter das NXT-Titelmatch. Roman Reigns auf jeden Fall, absolute Unterschrift, äh, unter das, was du zu ihm gesagt hast. Er wird Richtung Main Event gehen und das braucht WWE auch aktuell. Äh, ich denke auch, dass Seth Rollins, äh, und seine Heat dafür sorgen, dass Roman Reigns noch weniger da im Fokus steht, der, der WWE-Hater, in Anführungszeichen, oder der, der Hater, die dann, äh, die großen Stars da ein bisschen runter machen oder da auf Biegen und Brechen versuchen, äh, zu kritisieren. So wirkt das ja auch häufig bei Roman Reigns, so hat's in der Vergangenheit auch oft gewirkt, äh, dass das Seth Rollins jetzt der Sündenbock ist sozusagen und Roman Reigns außen vor, das hilft ihm auch schon, äh, sehr. Und natürlich auch seine guten Leistungen. Gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 36, das wird auf jeden Fall ein Match, was, äh, Vince McMahon da wieder durch den Kopf gehen wird, jetzt Richtung... Angenommen. Dies, äh... Ja? Ja. Ich hab den Namen Brock Lesnar gehört, ich hab jetzt Angst, dass du direkt, äh, weiter springst. Äh, ich hab mir nur so hier noch überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Keith Lee dieses Match gewonnen hätte. Also... Ja, dann wär's ein NXT-Übershowing gewesen, oder? Also, das wär schon ziemlich krass. Ich finde, dann hätten wir halt einen noch größeren Star gehabt, weil, also, was heißt NXT-Übershowing? Ich mein, NXT hat mit, äh, 4 zu 2 zu 1 gewonnen. Die haben doppelt so viele Punkte geholt wie SmackDown und vier mal so viele Punkte wie Raw. Das ist schon deutlich. Genau, und jetzt, wenn du dir vorstellst, die hätten 5 zu 1 zu 1 gehabt. Äh, ganz ehrlich, NXT hat deutlich gewonnen. Und ob das jetzt mit 2 oder mit 3 Punkten Vorsprung ist oder mit 4, keine Ahnung. Also, ich finde, in dem, in dem Punkt, äh, kann ich's nachvollziehen, äh, dass man hier sagt, äh, Keith Lee hat zwar verloren, aber geht trotzdem als Gewinner heraus. Das ist auch, äh, hat man hier wirklich gut umgesetzt. Aber ich denke mir, ähm, was hätte denn so groß dagegen gesprochen, äh, Keith Lee echt diesen Sieg zu geben? Weil dann würde dieser Moment vielleicht doch noch ein bisschen länger in Erinnerung bleiben. So erinnern wir uns daran, okay, ähm, Roman Reigns hat das Match gewonnen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns daran erinnern, dass Keith Lee der letzte war, der eliminiert wurde. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Hängt natürlich davon ab, wie es in Zukunft läuft. Vielleicht greift man super auf. Und Keith Lee profitiert davon und wird jetzt zum absoluten Topstar von NXT. Vielleicht ist es aber auch so, dass er jetzt hier für den einen Abend richtig gutes Showing bekommen hat, aber dann vielleicht ein bisschen zu wenig daraus geschöpft wird. Also, was dagegen gesprochen hätte, an dieser Stelle Keith Lee gewinnen zu lassen, ist ganz klar, dass du dann bereits in der Mitte der Show NXT den Sieg gegeben hättest. Das haben die Kommentatoren, beziehungsweise in dem Fall Nigel McGillis von NXT-Seite. Da hat er es auch overgebracht, hey, wenn NXT dieses Männer-Match jetzt gewinnt, dann haben wir den Abend gewonnen. Und dann wäre einfach da die Luft raus gewesen bei dieser Storyline, die den Bogen über den ganzen Abend gespannen hat. Deswegen war das schon in Ordnung so. Und ich glaube, das wird hängenbleiben, das wird hängenbleiben, dass Keith Lee hier dieses starke Showing hatte. Ich denke auch, also der hat hier so eine Star-Darstellung bekommen, dass es, glaube ich, nicht aus den Köpfen raus verschwindet. Und da hat man schon dem Ganzen auch Genüge getan. Auch Roman Reigns hier nochmal einen großen Sieg zu geben, ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Der braucht sie ja. Ja, also ich denke, dass er in der letzten Zeit in der Midcard halt so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist. Und das war jetzt schon wieder einer der größten Siege. Ich würde sogar sagen, der größte Sieg dieses Jahr für ihn. Und das Richtung WrestleMania-Season nächstes Jahr ist definitiv nicht verkehrt, würde ich behaupten. Ja, aber natürlich ist Roman Reigns groß aufgebaut und einer der größten Stars. Der braucht nicht einen riesigen Aufbau nochmal. Aber wo wir bei riesiger Aufbau sind, also das Match, was mit Abstand am besten an diesem Abend für mich aufgebaut war, das war Rey Mysterio gegen Brock Lesnar. Und das ist sehr, sehr spannend, auch mit euch darüber zu sprechen. Generell sind ja die Brock-Lesnar-Matches in unseren Reviews meistens so die interessantesten Punkte. Und auch an diesem Abend hat mich Rey gegen Lesnar am meisten vor den Bildschirm gelockt, würde ich sagen. Rey Mysterio startet das Match, no holds barred. Natürlich schnappt sich, wie auch in der Storyline erwartet, sofort ein Stahlrohr. Das hilft aber nicht groß gegen den übermächtigen Brock Lesnar, bis dann Dominik rauskommt. Der will eigentlich das Handtuch für seinen Vater werfen, aber Lesnar attackiert ihn. Rey verpasst von hinten dann Brock Lesnar den Low-Blow. Dominik genauso. Vater und Sohn arbeiten zusammen. Was für eine Story. Der doppelte 619, der doppelte Splash. Aber Lesnar kickt raus und bringt es dann ziemlich schnell zu Ende. Tobi, du hast auf Twitter geschrieben, bärenstarkes Storytelling. Erklär. Wie ist der Tweet weiter? Bitte? Der Tweet ging noch weiter. Ich habe nur bärenstarkes Storytelling noch im Kopf, muss ich leider sagen. Tobi würde niemals was Positives über WWE sagen, ohne direkt danach mit einem Aber hinterher zu gehen. Es gab das aber nämlich, es war so schnell vorbei. Es war so schön, weil ich habe mich über diese, ich glaube 90 Sekunden, vielleicht zwei Minuten lang, war diese Sequenz des Storytellings, die ich wirklich großartig fand. Die fand ich deswegen großartig, weil der Aufbau des Matches tatsächlich für mich die beste WWE-Fäde, glaube ich, fast des Jahres. Legitimer Grund für die Fäde, schlüssig aufgebaut, dramatisch zugespitzt. Kane Velasquez hätte man ausklammern können, das ist aber jetzt Erbsenleserei. In den Rollen Lesnar als das Biest ist glaubwürdig, Rey als Underdog sowieso. Alles perfekt besetzt. Und bei dem Match habe ich mir auch gedacht, als die Entrances oder Entrance-Themes ertönt sind, so, ey, okay, hier geht es um was, hier habe ich Bock drauf. Und dann das Match, was letzten Endes sechs Minuten 55 ging, war auch stark. Es war halt am Anfang, es wurde Heater aufgebaut, was auch völlig in Ordnung ist. Und Rey wurde ein bisschen vermöbelt, Lesnar kann das ja ganz gut. Und dann wirklich dieses Element mit Dominik, der seine Revanche für diese Attacke von Lesnar bekommt, der mit seinem Vater gemeinsam, against the odds, gegen das Biest aufsteht. Und dann wirklich dieser Nearfall, das war schon, boah, es war richtig gut. Er hatte mich so, vielleicht hatte er mich für eine Millisekunde sogar gehabt. Und dann war es aber tatsächlich ein F5 und es war vorbei. Und es war so richtig, du hast in der Halle so richtig hören können, dieser Stimmungsabfall von Wow, krass, zu Und das kam hier ein bisschen zu schnell. Schiebt er irgendwie noch vielleicht drei Minuten rein. Wahrscheinlich kostet er pro Minute lessen eine Million. Aber WWE hat das Geld. Einfach eine Saudi-Show mehr machen. Und dann hätte man hier vielleicht noch ein bisschen länger das Ganze strecken können. Dann wäre es richtig, richtig, richtig stark gewesen. So können wir einen richtig streichen. Es war immer noch super gut. Okay, also dieses Big-Time-Storytelling, das fand ich auch absolut herausstechend. Alex, wie ging es dir da bezüglich auch der Story rund um Dominik und seinen Vater? Sind dir da Tränen in die Augen geschossen? Das war ja schon wirklich ein bewegender Moment, oder? Ja, also die Story war schon gut, aber ich muss sagen, von dem Match, da war ich ziemlich enttäuscht, weil No Holds Barred und dann gibt es nicht mal einen Stacheldraht bei der Web. Gott, die haben nicht mal den Ring abgedeckt. Der Deathmatch-Resser spricht aus dir heraus, ich sehe schon. Nein, sowas sieht man natürlich nur bei AEW. Ich fand das gut gemacht. Das Einzige, was mich gestört hat, war eine kleine Logiklücke, dass Rey Mysterio kurz vorher Backstage mit diesem Stahlrohr steht und auch noch mal darauf hinweist, dass er das einsetzen wird und dann fängt das Match an und er holt das Rohr, was er gerade Backstage noch in der Hand hatte, unterm Ring hervor. Warum ist er dann nicht einfach damit zum Ring gekommen? Aber nee, von der Länge her fand ich es gut, muss ich sagen. Also ich finde diese Brock-Lessner-Matches gerade deswegen geil, weil die kurz sind und weil du weißt, da ist hohes Drama und jeder Move zählt und alles kann in jedem Moment irgendwie schnell die Entscheidung bringen. Deswegen, ich finde, wenn man da noch zwei, drei Minuten dazu macht, dann verliert das genau seinen Charme. Dann verliert das Match dieses Alleinstellungsmerkmal, was bei der WWE eben nur Brock Lesner hat und ich fand das super gut. Also schöne Story, auch mit Dominik, der da reinkam, doppelter 619, war ein geiler Spot. Ich fand es gut. Nice, ja, also das war für mich auch eines der Highlights des Abends und auf jeden Fall, was den Moment angeht und dieses Storytelling, ähm, ja. Da war es auf jeden Fall am lautesten, glaube ich. Also der Nearfall nach dem doppelten Splash, ich glaube, das war so der lauteste Moment des Abends. War auch in meinen Augen so das Highlight, was Storytelling angeht, was den Moment an sich angeht und die Auflösung dieser Geschichte. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie man mit Brock Lesner weitermacht. Wait and See, auch was da bezüglich WrestleMania passiert, wird jetzt immer relevanter und ich kann euch sagen, wenn wir das abschließen wollen, hat noch jemand was? Ne. Wo wir bei WrestleMania sind, ne. Die WrestleMania Season, die kommt in großen Schritten auf uns zu. Ich hab mich im Main Event dieser Großveranstaltung zurückerinnert an WrestleMania, wegen diesem Main Event. Baylor, ne, wie heißt der? Bayley. Ich versuch's nochmal. Bayley, Baszler und Becky. Da kann man auch mal durcheinander kommen. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war es schon über 4 Uhr hinaus, Stimmung am Boden. Und warum hat's mich an WrestleMania erinnert? Einfach weil das ein Frauen-Triple-Thread war, ein Main Event, geile Ansetzung, Becky mit dabei, man denkt, sie hypt die Crowd nochmal zum Ende der Show, aber die Show ist zu lang und es stürzt so ein bisschen von der Klippe. Die, die Stimmung war nicht mehr zu retten, würde ich sagen. Bei WrestleMania genauso wenig wie an diesem Abend. Wir haben eine ex-MMA-Dame dabei, wie Rousey bei WrestleMania, den Smackdown-Heal wie Charlotte bei WrestleMania. Mir ging's bei diesem Match wirklich genau wie bei WrestleMania und wie bei WrestleMania fand ich's leider nicht wirklich gut und es hat mich nicht wirklich abgeholt. Alex, wir wollen wieder deine wrestlerische Sicht auf die Dinge haben. Ja. Alex darf nur was zum Wrestling haben. Come on. Nee, also ich muss sagen, mir ging's da genauso wie dir. Ich war da auch ziemlich underwhelmed von diesem Match. Da war die Luft auch einfach draußen in der Halle in Chicago. Das Publikum war sehr, sehr still während diesem Match. und ja, ich denke, man muss da wirklich den Aufbau der Kart bemängeln. Ein Match, was sich angeboten hätte, weil das Ganze halt eben die Survivor Series ist und es steht unter dem Motto diese drei Brands gegeneinander und in den letzten Wochen hat man ja immer wieder diese großen Brawls gesehen. Auf eine gewisse Art und Weise dieses Männer-Survivor Series Match hätte sich sehr angeboten als letztes Match der Show. Dann wiederum, so wie man es aufbauen wollte, mit eben nicht einem NXTler, der dort overgeht, hätte das keinen Sinn gemacht am Ende der Show, weil dann der dramaturgische Bogen nicht funktioniert hätte. Aber dieses Damen-Match am Schluss, das hat halt auch nicht funktioniert. Tobi, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auch unsere Meinung bist, oder? Erstmal ist mir aufgefallen, dass Bayley als Heal, ihr fehlt noch so ein Resting-Bitch-Face. Ich finde, man merkt ihr noch zu sehr an, dass sie sich anstrengen muss, ein Heal zu sein. Ansonsten bei Mania, wenn du den Vergleich bringst, bei Mania ging es um was? Hier ging es um nichts. Also das war halt ein Frauen-Triple-Thread. Was frisch war, einfach weil die Namen so in der Konstellation noch nicht da waren. Ansonsten, es war leise, es gab Boring-Chants, das Publikum war, sagen wir mal, sehr defensiv, CM Punk-Chants. Für ein Main-Event war es wahrscheinlich einfach eine Schiene zu unspektakulär und es war fast dreimal so lang wie Lesnar gegen Mysterio. insofern also fast 20 Minuten und das Tempo hat gefehlt, es dauerte zu lange, es ist zu wenig passiert und die Spannung wollte nicht aufkommen, weil wenn jemand gewinnt, dann gewinnt er halt und mehr halt nicht. Und deswegen, das hat tatsächlich auch in mir leider nichts ausgelöst. Ich habe Notizen fertig gemacht für den Podcast nebenbei. Der Klassiker, ja, dann kannst du dir jetzt hier noch auch deliveren. Ich weiß gar nicht, ob wir zum Main-Event noch irgendwie was sagen wollen. Gab noch einen Beatdown danach? Es gibt noch einen Beatdown, Becky Lynch schaut dann noch mal Baszler um und so steht trotzdem irgendwie Raw oben und das Main-Roster hat so ein bisschen das Lächeln noch. Sie wollte damit sagen, du hast gerade Bayley zur Aufgabe gebracht, mich aber nicht. Was jetzt gerade für mich die Frage aufwirft, okay, warum tiest man weiter NXT-Main-Roster-Matches an? Heißt das jetzt in Zukunft, dass wir das weitersehen werden? Ist NXT jetzt nach der Survivor Series offiziell der dritte Brand und es wird weiter Crossover-Matches geben? Oder war das einfach nur fürs gute Gewissen von Vince McMahon? Baszler wird einfach gegen Becky gehen bei WrestleMania wahrscheinlich. Und die Fede baut man dann auf mit einer Cross-Fede mit Raw und NXT. Ich gehe davon aus, weil man auch Shayna Baszler jetzt die letzten Wochen so prominent gefeatured hat, dass sie jetzt demnächst zum Hauptkader auch joinen wird. wahrscheinlich zu Raw gehen wird und dann da eine Fede gegen Becky Lynch startet Richtung WrestleMania. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Deswegen ergibt das ja auch Sinn, wenn man das am Ende bringt. Würde NXT halt großes oder viel Zugkraft verlieren, finde ich, weil gerade wenn du jetzt eine TV-Show bist, zwei Stunden, ich weiß nicht, ob das noch so leicht funktioniert mit, ja, wir lassen jetzt einfach mal die Leute dann zu Raw oder SmackDown aufsteigen. Ich sehe tatsächlich fast wahrscheinlicher, dass WWE jetzt sagt, ja, okay, dann lassen wir diese Main-Roster-Stars wie Becky Lynch vielleicht auch mal wieder bei NXT auftreten. Wenn ich jetzt wieder das Wort Ratings in den Mund nehme, dann brennt wieder die Kommentarspalte, deswegen mache ich es nicht. Aber das ist eine Sache, die ich durchaus sehe. Ich sehe es tatsächlich eher, dass Becky ab und zu mal bei NXT auftritt. Das ist wahrscheinlicher in meinen Augen, als dass Shayna Baszler den Titel ablegt und dann direkt ins Main-Roster geht. Weil dann müsste sie auch vor Becky jetzt verlieren. insofern weiß ich nicht. Baszler ist ja sowieso die NXT-Frauen-Champion, also die wird auf jeden Fall noch die nächsten Jahre diesen Titel halten und nicht abgeben. Ich würde sagen, wir gehen zum Fazit dieser Veranstaltung und beenden dann auch diese Review. NXT gewinnt 4 zu 2 zu 1, SmackDown 2, Raw völlig abgestürzt mit einem Punkt. Also vom Unterhaltungsfaktor her fand ich die Show tatsächlich gut. Ich bin da jetzt nicht mit riesiger Erwartungshaltung rangegangen. Ich hatte auch gar nicht geplant, das ganze Ding live zu gucken. Aber dann hat es ja zumindest mich doch gut genug unterhalten, dass ich bis zum Schluss dran geblieben bin. Ich habe dann dem Jonathan geschrieben, hä, wie ist das jetzt? Das letzte Match? Ja, jetzt ist das letzte Match. Oh, okay. Dann ging die Show insgesamt dann doch relativ schnell rum. Ich fand die Show insgesamt gut. Also ich sehe schon, dass da andere sagen, oh nein, alles furchtbar und schrecklich. Ich fand sie unter dem Strich unterhaltsam. Klar hätte man hier und da irgendwas besser machen können, aber ich finde es definitiv keine schlechte Survivor Series, auch im Vergleich zu vergangenen Jahren. Schreibt uns gerne mal in den Chat eure Punktzahlen. Alex ist da immer ein bisschen, der mag das nicht so. Ich sehe gerade, Kofi Kingston stand im Kickerhof, in diesem Tag Team Triple Threat Match, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Weil das ist krass. Der Typ war Anfang Oktober von nicht mal zwei Monaten der World Champion, der ins erste World Championship Match bei SmackDown gegangen ist. Jetzt ist er in der Pre-Show von der Survivor Series. Krass. Die Survivor Series, ich fand sie auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich fand sie insgesamt durchschnittlich für ihre Länge in der Gesamtheit betrachtet. Meine großen Highlights waren das NXT Championship Match, Keith Lee und Rey Mysterio gegen Brock Lesnar. Das waren meine drei Highlights. Das ist halt insgesamt für dreieinhalb Stunden, ja, keine Ahnung. Ich finde, diese dreieinhalb Stunden kann man super zusammenfassen in zehn Minuten, die man sich anschauen kann. Der Rest ist jetzt, ja, war da. Es gab eben Sachen, die hätte man besser machen können. Nichts davon war eine absolute Vollkatastrophe. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich glaube, punktemäßig, ich kann mich ja äußern, Alex will ja nicht. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie, ja, eine fünf oder sechs von zehn. Ich glaube, wer sieben geben kann, weiß ich nicht, weil NXT Wargames hat bei vielen eine acht oder eine neun bekommen. Das wäre da eigentlich, finde ich, schon wieder zu nah dran, weil ich fand Wargames noch mal deutlich besser als das hier. Insofern würde ich da schon diese klare Abgrenzung machen. Ich finde sechs Punkte plus minus eins, Ja, kann man machen. Aber schlecht war es tatsächlich nicht. Also, war ein solides Event, wenn man sich was raussuchen möchte. Ich habe gerade ein bisschen was genannt. Das kann man sich anschauen und dann, ja, ist das ein solides Event unterm Strich. Ich wäre so auch zwischen sechs und sieben wahrscheinlich. Es war halt eine verrückte Show und es ist auch irgendwie komisch, das zu bewerten, weil es halt wieder ganz verschiedene Matches gab. Diese Grundstoryline NXT Raw Smackdown hätte man deutlich aufwerten können. Das ist auch diese Story, die wir schon die ganze Zeit erzählen. Wenn es was gegeben hätte, um was es gegangen wäre. Das ist auch ein geiler Satz auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Publikum teilweise auch wirklich nicht drin war, weil es einfach um nichts ging. Also, wie gesagt, Nakamura, Stiles und Ronderick Strong. Coole Paarung auf dem Papier, weil neu, aber das war es halt auch schon. Und das war so ein bisschen generell. Alex, wir haben darüber geschrieben, das Publikum, also ich muss sagen, das war eine der leisesten, schwächsten und gelangweilsten Chicago Crowds, die ich jemals erlebt habe. Und ich glaube, das würde ich nicht der Crowd vorwerfen. Ja, ich weiß es nicht. Also, mich hat es auch sehr, sehr überrascht, weil, wie du schon sagst, Chicago ist halt dafür bekannt, eigentlich das beste Wrestling-Publikum zu sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wirklich sehr, sehr viele Leute am Abend vorher auch schon in der Halle waren und einfach ausgebrannt sind, weil sie zwei Shows am Stück gesehen haben und Wargames halt einfach, ja, ein anderes Level war im Sinne von ein größeres Spektakel. Ja, also, es wäre sicherlich nochmal interessant, wenn wir wirklich eine Survivor Series sehen würden, bei der es um was geht und dann auch die Reaktion des Publikums darauf dann einzuschätzen. Mal sehen, ob es das noch in der Zukunft oder auch in den nächsten Jahren geben wird. Was mir bei dieser Show gefallen hat, war eben auch das, was du jetzt angesprochen hast, Alex, gerade, dass es eben sich nicht lang angefühlt hat, dass es immer so eine Dynamik drin gab. Es waren auch nicht mega viele Matches, es gab durch die Elimination Matches eigentlich auch immer eine klare Story und ein klares Ziel, auf das man quasi hingearbeitet hat. Dann Brock Lesnar gegen Rey Mysterio in seiner einzigartigen Art und Weise, Adam Cole gegen Pete Dunne mit starkem Wrestling und Bray Wyatt mit dem Etablierungssieg sozusagen. Das ist noch in vielen Teilen nicht auserzählt, auch was wir hier gesehen haben und ich bin sehr gespannt auf die WrestleMania Season. Jetzt haben wir nächsten Monat noch TLC und dann geht's ab Richtung Royal Rumble. Da bekommen wir übrigens, da bekommen wir bei TLC, sorry, wenn ich da reingrätsche, da bekommen wir das lang ersehnte Aufeinandertreffen von Rusev und Lana, äh, von Rusev und Bobby Lashley mit Lana irgendwo da drin oder drauf oder keine Ahnung. Es wird großartige Action, Leute und ich hoffe, äh, Tobi, dass wir dich da auch wieder in der Live-Review begrüßen. Nein, nein, TLC, also wenn, wenn nicht irgendwas passiert und irgendwie, keine Ahnung, dein Hamster aus dem Fenster springt, eigentlich nicht. Nein, hab ich, äh, tatsächlich möchte ich mit TLC, äh, dann glaube ich erst mal nichts zu tun haben. Jetzt der Viver Series hat sich angeboten, ich meine, der Björn ist im Moment gerade, äh, zeitlich eingespannt und da hat das jetzt, äh, gepasst, auch weil ich jetzt, äh, in Montag halbwegs ausschlafen kann, aber, äh, hätte ich jetzt zum Beispiel Montag was zu tun gehabt, was wichtig ist, äh, dann hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht, äh, live geschaut und wäre jetzt auch nicht in diesem Podcast dabei gewesen. Jetzt werden sich eine denken, war verdammt, jetzt mussten wir ihn ertragen, äh, ja, tut mir leid, aber kommt nicht mehr ganz so schnell vor, glaube ich. Es ist auch nix, also WWE live zu schauen, danach fühlt man sich auch immer so ein bisschen ausgelaugt und, ja, auch so ein bisschen, auch ein bisschen dreckig, da will man dann direkt unter die Dusche gehen. Ich, äh, hoffe, wir werden das alles. Kommt gar nicht so rüber. Ach ja? Du fühlst dich doch eigentlich ganz wohl, wenn man, äh, mal schaut, wann du tweetest genau zu zwei Momenten in der Show. Wahrscheinlich waren das deine Highlights. Ja, äh, Tobi, kann ja nicht jeder gleichzeitig Twitter und, äh, die Show bedienen. Das ist auch wirklich beeindruckend. Ich glaube, du hast hier fünf Monitore vor dir und machst, äh, da, äh, auf dreien deine Arbeit parallel, sprichst du ein bisschen noch was ein hier, einen Auftrag fertig machen. Auf der, auf dem einen anderen schaust du die Show und auf dem anderen Twitterst du die ganze Zeit. Wirklich unfassbar. Äh, aber gönn die auf jeden Fall. Leute, was habt ihr noch loszuwerden? Ihr könnt euch gerne verabschieden. Wir hören uns wieder am Mittwoch, wie immer, beziehungsweise dann am Donnerstag hört ihr die Review von AEW Dynamite. Und, äh, aus Chicago. Aus Chicago. Aus Chicago. Das wird auch interessant, ob da ein paar Überläufer von diesen beiden Shows jetzt sich denken, komm, ich gebe mir noch eine dritte Show. Und, ja, da hört ihr uns wieder. Mir könnt ihr folgen auf Twitter at ThumbtackJack. Danke fürs Zuhören. Und, Tobi, was hast du noch Lust zu werden? Ja, ob mir noch jemand folgen will nach dem Podcast, weiß ich nicht. Aber, äh, schön, dass ihr zugehört habt. Kommt gut in die Woche, genießt Wrestling und macht das Beste draus. Hau rein, bis spätestens. Zum nächsten Mal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr neue Zuhörer seid. Ciao, ciao.